wieso ist das so fucking duster weil noch wir haben die noch essen ja noch genug was ist hier drin 410 erz kann man machen es sind halt 3.400 kilo easy ja mit dem zwölfstück geht es okay ich tu das gleich dann von ihm brutzeln lassen zack max 207 erz go ich muss nur noch mehr den flieger holen soll ich weg den wolf oder boss ich tue so ein fichter weg geschwebt dagegen auf hier so ein wing man hier für 20 ja die haben wir so viel hunger ist wahnsinn mit denen mal alle füttern hier sind alle verhungern gut schnell reise wo geht es denn hin wo du bist denn da oben ach so zur biene aber nie da passt kein direkt porten hallo schon hier machen wir mich gerade so ein vogel an ich bin hier 27 johon robin hat mich gerade angegriffen oder er hat mich gleich 22 willst du den boss besiegen oder was das ist meine einfach angreifen bin ich natürlich hat meine nicht nachgeladen schon wieder zack jetzt hat sie nachgeladen zack mal probieren einmal wie vier angriff einstellen noch mal neun prozent nur ist einmal schwierig kurz ich sehe aber nichts wegen den vierchen beim jörter ich habe 25 nicht getroffen so noch mal ich habe halt nur die 40 100 kann blitze aus der unterwelt herbei beschwören wenn eine flamme des lc4 ums leben kommt verwahrt verwartet auf ein ein ewiger verdammt diese übersetzung ist auch immer heftig man oder waren hier unten einige von und lass mir dir mal das outfit geben einmal kalt einmal warm wir müssen warm anziehen oder zack habe ich ja wow ist das so ein viech gewesen krass die sind voll cool aus von oben wir müssen ja weiter nach links ja wir müssen hier rüber dieser heldenbaum da stimmt weiter weiter in der geschichte brennt er dann auf einmal okay dann wäre es auch noch trotzdem noch wie egal welches spiel die weime brennen immer ja kannst du dir nicht vorstellen er ist halt scheiße ne ist ja prägnisioniert fürs brennen so ein scheiß bau du hast es vorher rüber geschafft oder wie ja ja warst du mit dem vogel im wasser ich war direkt auf dem wasser und das ging normal weiter hat er gereckt oder nicht ich bin hier direkt mit ihm einfach so steil runter und dann hier auf dem wasser geschild so lol okay ach okay okay da brauchst du auch keine auszauern nichts die anderen schwimmen hinterher cool wenn ich dass das gott oder so dass wir wild irgend so ein eldenring fußi äh ne eldenfürst so das wär for the lulz dämmer sande uiuiui oh was sind das für viecher hier sind die wieder ganz andere nein ich hab falsche taste entschuldigung ich wollte abschneiden ich hab eh da was ist denn ach du beschwörst denn immer nicht ich halbem herzinfarkt auch hier sind wieder fußi 17er toko toko haben wir die schon oha ja lad halt lad einfach nicht nach ach das sind diese laufenden bomben oh mein gott das rennt mich jetzt mit max 9000 und 990 schaden das ist crazy nightwing geh mal rein oder waren es die bossen hier waren schon die ich muss gleich wechseln die hier wollen wir unter anderem warte oh ich muss das case zum laden tun sonst näht das nicht nur die nächste charge die auf gaming mode digger was passiert denn hier jo 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 boah bevor die bevor der gestorben ist ich habe jetzt den grüne blaue ging nicht mit der vier taste kann ich nicht immer vier stadt bj statt vier ja noch kein schaden neuer daher ist es easy schließlich zweimal ist er da und die scheiß viecher dann nicht sind das die die wir brauchen ja unter anderem davon haben wir auch ein paar aber ein nächster ist der trocken oder was ja nicht nachgeladen war gerollt lad nach währenddessen kann ich nochmal schießen ich muss schauen ich jetzt gehen können zu hause auf mehr wahrscheinlichkeit ab level up was mit den hier ja komm mal an hier macht ihr mal bitte weg hier ich flex mich hier gerade zwei da die wichser da die dort die dortmunde und dann ist ich glaube einer ist gestorben hier sind sie nicht beide sind jetzt versuchen sie nächster er hilft da und rum ich sehe keine prozentzahl ist verwacht was warst du deswegen ok ok ja passt du nachladen nächster schuss tot scheiße man wir brauchen dieses diesen knüppel zum betäuben ok jetzt wo ich hingehen den kloppen will geht's hab roffel was ist denn dieser wow das ist so ein ankühl oder was der kann auch bestimmt stein machen ja genau das sind die annehmer wollen oh mein gott die sind ja krass level 19 was für ein loser hier das auf den kopf schießen oder ist so geil wenn du aus dem wasser kommt wie das runter fließt 156 schaden geht schad der sieht so aus nein aha es hat ein prozent leben hallo oh das ist doch so ein anki ich kann ihn nicht fangen geht nicht ich auch nicht darf nicht so lange glaube ich so ist gesperrt immer noch kaputt ja doch kein hp balken mehr bei mir ja dann es erscheint wie so ein anki der tut sich so dass er nicht mehr so ein sterblich ist ja du musst ihn halt vorher machen ok sorry wusste nicht krass 25 grüne noch grün wobei so laufen zu mir noch blaue naja vorbeigeschossen du hast es halt ok deswegen du hast ihn hin ja welchen soll ich jetzt 16 kommt raus habe ihn müsste gehen oder was das für einer der kann auch sachen 47 achso keine Ahnung was du kannst er kann irgendwas tragen bestimmt 10 prozent weil so low hoch leben noch ich nehme das blaue hier oh 15 46 100 oh mein gott anubis ok anubarak hier schon wieder einer kennt ich glaube an dem wollen wir nicht mehr vorbeilaufen man lauf ich schon kommt auf mich ne brauche noch so ein teil da so einen anderen wenn wir einen port stand finde kann ich nach hause dass ich porte ist jetzt ist jetzt hä auf der karte schaut dass ich nochmal skille fing porten wegen porten 8 war ich schon wegen sphäre ja ja ich weiß schon scheiße mal da ist noch so ein grünes habe ich gefunden ja das ist ein anki 21 oh das ist nicht ohne die sehen aber geil aus mann die gauise die gauise da ist ein Ei noch da ok kurz ausdauer haben 21 ich würde kurz den einem ja aber ich kann das dann nicht ähm wieder abbrechen lassen doch ich kann ja wieder ich kann ja wieder ich kann ja wieder suchen aber egal warte nachladen wie immer bin ich stehen geblieben wie ein boss aber ich nur kurz gedodged bin ich habe gesehen wo sie hinfliegen falsche taste bleibt auf 21 halt ich weiß nicht kann ihn halt nicht nochmal anschießen und geht er wieder in diese kack form da 2 2 53 hab ihn Stammiger Wuchs Stämmiger Wuchs Hart im Nehmen Der Bohrer der Diktosi Ältester irgendwas Bla Bla Panzer Da ist Schwefel Glaub ich Wüste Schwefel Oh Gott die sind so krass man Kennst du von Cybermax diese Typen ne Wo häufig zulaufen Spitzer Ich lade nach Anstatt Meine Eier Das muss ich machen Ich müsste mir auch Ich mach mir das Echt linke Maus Dann kann ich auch hier Hacken lassen Nix mehr selber machen Könntest du doch die Maus packen Weil ich hab ja so ne Logitech Maus Aber es sind nur so zwei Tasten Neben der linken Maustaste Das ist zu gefährlich Will ich dieses Automatisieren von Spielern halten Sollte man nicht dulden Das werde ich beim Serverbetreiber melden Schicken sie E-Mail Steht auf der Homepage die Kontaktadresse Impressum und so 22er Anki hier noch Das sind dann bestimmt die die gut Erz können Obwohl es ja Obwohl es ja die anderen auch gemacht haben Aber die sind halt dafür geboren Die Riesensteinstatuen Oha Seh ich grad Vor mir So ne Gottheit Oder so ne Scheiß Fast tot Ich hab mir einfach noch einmal nicht auf Schnauze gegeben Wir brauchen halt hier bei denen die gelben Mann Acht Stück noch Sieben 53 Geht Zwei von zehn Gut Das ist der Boss oder? Naja der patrouilliert da vorne rum Da ist wieder so ein Pikachu-Fuzzi Gar kein Wolf mehr Ich hab den Wolf getauscht Ich hab den Wolf getauscht gegen Den Flieger anscheinend Ich hab doch so ein Ja ich wollte zu einem anderen Ich hab mich wahrscheinlich verschoben Oder so Oh mein Gott Die Schaden-Fuzzis Wildere Unterdrücker Können Ich bin mal kurz auf dem Blauen Also ich hab nicht mal so viele Grüne Ich probiere es mal ein bisschen mit denen Okay Fast tot 9% lol Okay Dann kommt er raus und schießt ihm Ich geh wieder auf grün 9% ist zu wenig 25 25 25 25 58 100 Top 3 out of 10 Also Theoretisch Was ist denn hier los man Schießt du da Was mit dem Auch Kann ich ja mein Boss mitgehen Hier mit dem Und wie die 4 gedrückt Ja klar Werde ich nie wegkriegen Oh da ist so ein Viech Okay ich seh's Der hat eine MG Eine Minigun So richtig Scheiß ich wollte probieren Ob ich ihn fangen kann Den Minigun Manula fangen Ich mach ihn mal auch von einem Viech Das ist so ein Cuter Wie du ein Ei hattest So den wollte ich mal lesen Oh Viecher geht aus dem Weg Ich seh nichts Den die mir vor der Nase Die Wichser Kannst dir dir nicht vorstellen Oh 22 Ich muss ja noch ein bisschen kloppen Sind wir noch 22 3 54 Hab Geht aber nur mit grün Ich hab noch 4 Stück Ah das ist ein großes Das ist riesig oder Das sieht größer aus als Jaffan Das ist ein Boss Ei oder was Krass Das ist krass ja Das sieht wild aus Und hier unten zumindest schon mal Drachenriesen Oh geil Main Das ist ein seltenes Oha geil Leg es zum Ausbrüchen Mit einem Brutkasten Alter Das ist jetzt nicht so Das ist nicht so schwierig jetzt Kriegen wir hin Oh ich hab sogar ein Ein gelbes Mein Schild hat's getankt Lol Blau probieren 10% 40% Habs mit blau Oh Ich würde halt gerne direkte Tasten haben Mal 1 bis 4 oder so Oder Ja Das ist so doof Mal das durchschalten Was ist denn so ein Foodler eigentlich Level 15 hier Oh der ist fast tot mit seinem So ein Ding 14% Oh das ist auch schnell Ich hör mal das andere Alter ne Ja mach ich Tue in der Zeit ein bisschen Die Sammlung vervollständigen Und gleich sterben Weil ich will die halt hier Nicht So Oh da sind 3 gegen mich Oder 2 Okay nur noch Der eine habe ich getötet Einfach Gott Oh Das war fast One shot Ein Schuss getroffen 1% Leben hat der gehabt Hab ihn Das ist was für ein Viech Fuddler Hier haben wir nochmal ein heißes Ei Hier sind viele Eier Ich hab ja auch noch ein Ei Aber nur normales Achso normales Okay Pachoni Ah es wird irgendwelche krassen Sterne Machen wir ein Ei Lass diese Vieche mir immer im Weg stehen Blau ist langsam echt komisch Aber hat geklappt Heißes Jumbo Wow der hat 1% Haben noch einen 9 von 10 von Dumund Ich geh Alles was mir Hochwertiges Pallöl Okay Oh da ist ein Boss Wenn ich jetzt schon beim Wenn ich schon dabei bin Silberschlüsse Pfeile 4 Goldmünzen 76 Lad doch na du Bitch Ich muss dich einen töten Komm her Komm nicht hinterher Ich will den Nicht in diese scheiß Vögel reinrenne Gefroren ist ein Mitten in der Wüste Wild Solange es nicht aufbaut Ist ja gut Passt ja Aber ich seh hier auch aus der Luft Keinen Wegpunkt ne Vielleicht gibt's ja das hier nicht Vielleicht muss man sich immer herquellen Wegen Loot oder so Wow Scheiße schießt mich welche an Ich bin fast tot Ich brauche auch eine direkte Taste Wenn ich sage ich will jemand angreifen Nicht B Dann 4 Oh mein Gott Die machen Schaden Komms weg Dieses Vögel laufen mir hinterher Mehrere mit 3 Millionen Schaden Help Hier ist noch so ein großer Wissen So wenig Leben Wir müssen erst mal hier leben Oder Rookies wieder Ich hab Schwefel vor meiner Nase Du Ich kann mir vorstellen Dass hier halt Wirklich keiner ist Oder So von Schwierigkeitsgaben Geh mal zu den Rookies Ich bin noch da Ja Warum Ja auf die andere Seite von den Rookies Das ist noch so ne große Schuldgritte Achso Ich will einen noch so ein Dortmund haben Dann hab ich 10 Aber ich hab kein Leben Ich muss Mal warten Ich hab hier blaue Aber einen gelben Was schießen die denn Mich Du bist im Agro Okay Weil auch der Pikachu Glaub ich da oben schießen will Oh das ist Kohle hier Oder was Steinkohle Ja was wir brauchen Aber ich hab kein Gewicht Mehr für das Okay hier dann scheint So ne Farm Ist wie in der Höhle gewesen Das ist ja so ne Farm Dings hier Kann schon kommen Ich stirb mich nicht Alles gut Ich hab Angst dass du stirbst Mein Freund Oh was hab ich da jetzt geht Ach er ist Ach Er ist verpackt Irgendwo in der Luft Hä Wo ist er hinter mir Ja ich muss mir Ich erinnere mich Da wenn ich zu Hause Bin Bogen mitnehmen Ich muss ja dann immer So schwäch mit den Bögen Was ist mit dem da überhaupt Achso ich hab keine mehr Noch den gelben hier 39% gelb Raus gekommen Nur noch blaue Hast du schon okay Bei mir ist nur 9% halt 5 bei dem Typen halt Hier mit dem blauen Ich muss halt mal Dahin kommen Wo ich ihm hauen kann Kriegt hier 5% halt nicht höher Jetzt ist du grad super leck Bei mir Bei dem anderen ist 9 Den systems 30% Ich hab den einen Ich hab den einen Probiert deinen auch Hier musst du es doch mal schaffen Jetzt Nicht 10% Ich kann nur noch einmal boxen Oh jetzt ist er sich wieder Oh du Wichser 11% Wow 40 1 für 42 Geht Nummer 10 Nummer 10 Ich mach mal kurz skillen hier Auf Auf leben Mein Flug Alles kaputt Das ist so Krasse Scheiße So mit denen Werds doch bestimmt besser gehen Was war das jetzt Spontaner Sonnenausschalter Hat es gelenkt mit dir oder was Naja Ja waren viele Fähigkeiten Ne Auf einmal Ja Hier will die Schneeviecher Gibt es ja echt kein Speicherteil Boah Oh mein Gott Was ist das Dieser voll Wir verwagen ja voll hier Hey gibt's Hilfe Lol da ist so ein großer Hilfe 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 Kommt er auf mich zu Ist das ein Boss Ne Ein großer So ein großer Den habe ich ja schon Aber halt Aber halt nicht Nicht so ein Schneeding 11% Das Ding ist halt Die Apps Hier kannst du die Weckschießen Die schießen alle auf mich 200 Leben Ich muss weg 200 Leben 195 Leben Ja durch dieses Nicht sehen Da in die Ecke Hat er mich Hat voll getroffen Kam so eine Welle Auf mich Ich bin eingefroren Die kleinen Ads 300 Leben Ich muss Kurz Reigen Irgendwann dass meine Maus leer geht Aber die war vorhin schon Low Ich könnte nur versuchen Mit dem Boss zu töten Ich habe zu wenig Leben Ich kann doch nicht sagen Ich kann doch nicht sagen Dass wir irgendwo was Gibt, wenn wir nach Hause kommen Ja wir müssen halt Auf eine andere Insel gehen Da gehst du bestimmt Auf die Grünen Irgendwo Irgendwo Keine Ahnung Oben Oben Ist ein Level 23er Boss Okay Das heißt Da muss es doch auch wohl Irgendwo einen Portpunk geben Ich gehe mal so ein bisschen Vorlaufen Und gucken Ja dann Ja genau Tu mal da Scouten In der absoluten Finsternis Hier Also der kleine Hast du den großen getötet? Nein Der ist hier mit 18 Bisschen Leben noch Ombusklamm Okay Sicher wir haben Trotzdem keine Knochen irgendwie Ja Hier ist auch nichts Wir schlafen alle Ein Glück Hier ist ein ganzes Camp Da oben ist ein Speicher Vorher in einem Portpunkt 210 Meter vor uns Ne? Also er würde mir angezeigt Ja ich habe hier noch einen In 100 Patzen 100 170 Bei mir Ja da komme ich dahin Das oben Gell Ja Irgendwie hoch Ja immerhin Hey Ist ja krass Bei uns alle 10 Meter Luxus Aber ist ja nicht schlimm Aber ist ja nicht schlimm Also das ist eh übertrieben Wie viele Speicherungen Die wir da haben Haben wir in Anbetracht Dass es doch irgendwie Lange dauert Von A nach B zu kommen Ist das schon okay? Ne 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 Krieg 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 Ja 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 Wie hoch geht denn das hier noch? Bist du bei nem anderen oder? 120 Meter vor mir irgendwie Bist aber im Berg halt davor So nem fetten Berg herumgehen Irgendwie Er sagt bei mir Der Speichelpunkt ist halt oben Aber ich bin am Berg hier Bei dir nicht oder was? Also ich war einfach zu einem hin Oh Gott Da geht es ja tief runter Bist du da unten? Ja Siehst du mein Licht? Geht da grad hoch Nichts Ja ich hab das Licht War grad an Weil ich fertig war Mit der Mit der einen Ebene 8 Meter vor mir Hier ist Boss sphäre der drachen schwingen den könnten wir probieren im boss level geht ja ich komme irgendwann zu dir hoch da ich muss den speierpunkt holen ja dann könnte ich ja kurz auch was holen wir sind ja nicht alle da ich kann man das halt mal lesen was die anderen können haltex rubini dieser fall hat für gewöhnlich ein lächel auf den lippen und manchmal wenn katy war seine tentake mal wieder aus jux verknotet kann sein blick absolut dämonisch sein wenn dieser palm im team es wird der an von palt als das typ neutral erhöht da angst der angst schätze ich mal wenn dieser fall im lage ist wird die arbeitseffizienz an der waffen werkbank erhöht wenn sich dieser fall also sehr entspannt sinkt seine reaktionszeit ins bodenlose auch wenn man wenn man ihn in würfelschnitte würde er wahrscheinlich erst am folgenden morgen merken dass er tot sein sollte dieser palm im teams angst kraft von erde erhöht und der hier das ist ein bär und da drauf gehst du auf diesen god das ist ein bärgeräusch naja meister kriecher weißt du doch bin doch hier halber land und messe ah dieser anki es gibt einfach eine fabel namens der borer des dicteuse in der ist das dicteuse mit allem mit dem härtesten aller härtesten panzer und dem aller stärksten borer über paradoxer nachdenkt kann die auch befehlen mit seinem panzerwirbel folgen folgen und das zerstören von erzter leichter bergbau 3 ich komme noch nicht hoch wir haben wir mal wieder kriechen wie wir wirst du denn so bist du vorher sowieso gekommen so einzelne abschnitte halt mal ja mal da abschnitte man jetzt jetzt wie jetzt 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 geht es aber los hier ich bin halt ist es so viel ja ich habe die kreis gelaufen ja natürlich so ein grüner scheiß ding habe ich ihn gerade genommen apropos grünes ding ich guck mal ob ich es killen kann habe ich vergessen zehn kilometer bis nach hause ganze kilometer weiß das kill macht denn da oben dann als hungrig okay ja ich kann einmal skill macht das fang geschick erhöhen zack sieben verbrauchen egal nächstes mal brauchst du elf ich habe nur noch einen oder hat er schon das metall 207 metall hat er schon gemacht wenn ich weg war er ist fleißig der typ er ist fleißig abwerfen ich mich mal entleeren das ist voll schwer hier ja aber dann muss man sich auch mal entleeren ja und auch scheißen ja ganz oder gar nicht so halbe sachen sind echt wild ich kann nicht das ding da die kiste sagt kiste ich habe er du mund fleisch uiuiui was ist denn das? ich muss mal die ganze Scheiße hier wegzunehmen oder jetzt sagt das Ding hier etwas warm der sagt sehr angenehm ich bin gerade gelevelt ok was ist alles passiert? ich habe alles gemacht wir brauchen noch Kisten das ist ja Katastrophe so was kann ich denn da machen aus dem Fleisch? das Fleisch ist so hoch ich kann es nicht grillen über der Gehaltsklasse und so Technologien ich kann jetzt weiter gehen jetzt kann ich das Dorf verbessern Blumenbeet geht hier Palflauschbitter den können ein paar ist noch erholsamer schlafen und wird LP und Geil noch besser regenerieren braucht 10 Stoff haben wir nicht ok muss aber eine Granat werfen ein Ticken Spiegel Set Spiegel Set ist gut wir müssen doch Stoff haben ohne Ende ok wir müssen auch mal ein Schaf wieder raus somit wir ein bisschen Stoff sammeln sag ich mhm mhm oh geht schnell süß das Äffchen hilft mir ich kann es auch alleine weitermachen Äffchen ich habe glaube ich genug ich kann es erstmal nur ein Bettchen bauen glaube ich schon wie groß sie sind hier dann haben wir ein Upgrade für unsere Bases wieder so 10 Stoff 30 Holz 5 Nägel Fasern und so weiter boah das so ein Sitzkissen oh mein Gott wie süß scheiße ich kann es hier nicht hinbauen neben die anderen das war ganz knapp nicht müssen wir erinnern noch die bauen irgendwann ich baue mal eins ganz doof und du kannst es ja umstellen ok jetzt kommen alle das sieht schon gemütlich aus aber doch Stroh und auch der Groß hinter dir krass gell lol aber Stroh und Maske ist so viel besser naja ok ja geht ne so jetzt upgraden und zwar welche Taste hier Verbesserungen geht nicht ich brauche na du Arsch ich brauche zwei von dem Bett so ein Müll ein Mann bis einmal mit Profi ja ne das ist halt scheiße da läuft alles viel zu glatt und perfekt und dann macht es auch keinen Spaß ja sie wollte helfen der Wille zählt sagste der Wille zählt ok B B ja der Typ packt bei mir voll rum der große ne Einige sind so packen sie so wenn sie so komisch ach so weil der auf dem Zaun steht und auf und abflackert bei mir steht dieser andere Typ da da oben was macht der Der, 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 der Banking Er baut Aber was? Keine Ahnung, er baut einfach Hier sind die verrückt War einfach ohne mich gebaut Geil, das kann ich aufdrehen V geht und Next Level Braue Peils wären fließbar Generator, boah, das klingt nach Strom Oh, das klingt danach, dass wir Elektroviecher sammeln müssen Oh, das klingt danach, dass wir Elektroviecher sammeln müssen, ohne Ende Ja, diese Pikachu-Dinge da So, wir können eins noch zum Malochen tun Ich hab, ich hab dieses eine ungern weggemacht Dieses Allrounder-Teil Aber der King Packer Keine Ahnung rumlaufen Ich tue mal so ein Achso, die haben auch Stufe 2 Okay, krass So ein Dumont tue ich mal hier hin Zack Hallo Ja, ich hab zehn Stück Das kann einer Einer kann auch hier gucken Ich will sehen, was der macht Hallöchen Workaholic Und fleißig ist er Spezielles Stats bei dem Jetzt hab ich gerade den besten Das soll den Bussen komplett gehen Ja, ich geh rüber Kurz noch Tu die da hin Äh, warte wegen Boss Ich habe Ähm 21 21 blaue Fertig, mehr nicht Ist nicht so geil Blaue habe ich ohne Ende Ja, das bringt da gar nichts Ich muss auch mal die gelben lernen Schon was, was ich da machen kann Ich kann ja auch die gelben schon lernen Ich hab nur nicht gelernt, weil ich Angst vor dem Mats hatte Moment Ähm Hä, ist total gemütlich Lol Das ist nur ein paar Äh, äh, Palliumbruchstück Metallbahn Holstein Was? Max 60 Ja, komm Habe ich eh gerade Jeder eine will helfen Dann war Helf mal Alle brauchen Größte Kisten, Mann Ja, mehr halt Also die kleinen weg Und die Metallkisten hin Kann das ja hier keiner machen Dass ich rübergehe Das andere mach Da will doch einer helfen Komm Was ist denn? Achso, der Typ hier will helfen Der da oben ist Ich tu den mal kurz raus Und rein wieder Aus dem Ding rausnehmen Hier Und wieder hin Natürlich frisst er gleich Ja klar, gut Er war ja auch da hinten Sicher bestimmt Wegen Essen So, ich bin jetzt hier Ich zieh mal diese Fuzzis da ab Geht's denen gut hier? Am S nehmen alles Okay Ich zieh mal diese Komischen Mailings da ab Oder wie die heißen So, und tu mal diese Irgendwas dahin Wenn ich die find Sortieren War man nicht von denen Ja, ich hab fünf Stück Glaube ich Und der eine ist ein Workaholic Da ist er richtig Da ist er richtig hier Hart im Nehmen Oh mein Gott Was macht der? What the fuck? Der dreht sich so Boah, was mit denen Das ist ja voll liefert Oh mein Gott Das ist ja total verwirrt So fahren wir in die Eisen Oder was? Zum Glück haben wir das nicht in der Basis Ich könnte diese gleich nicht ewig aushalten Aber so effektiv ist es gar nicht Das dauert ewig Aber ist auch ein großes Ding Oh mein Gott Ich hole dich Da ist ja katastrophisch Ich mach mal so einen anderen rein Auch zum Test Was der investiert macht Einmal Zweimal Wie mach uns mit der Zunge Gibt du das? Leco mio Boah, ich hab Leute Ich hab eine geile Idee Warte, warte Das ist ja total Moment Ich hab was krasses Warte, spulen Welche Seite ist das? Moment Oh, jetzt, 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 komm Tiger Ich weiß nicht, ob das geräut Ich denke, das geräut ist schon besser als das andere So, wenn sie sich freuen Also ich find die cooler als das Ding Wir haben nur Rang 2 Aber das mit dem Drehen ist ja Wahnsinn So, die haben hier kein Bett Es fehlt hier ein Bett Ja, ja Aber nur, weil ich hier zu viele hin hab Was ist hier, da ist ein Baum Kannst dir nicht vorstellen Was, was tun wir hier Die haben gar nicht so viel hier Für das Achso, ich hab grad Hast du auch grad gefahren Oder was für das? Ja, ja Okay, ich auch grad Gute machen So viel spawnt hier gar nicht nachher Ja, die anderen mit dem Drehen mit dem 111111 Und dann sehen sie nochmal Und 111111 drehen sie nochmal Also das ist ein bisschen doof Die haben irgendwie eine Zunge Erst 20 Meter Range Jetzt kommen halt die Sammler nicht hinterher Wir müssen, glaub ich So ein Ding wegnehmen Und noch einen Sammler hin tun Das ist ja krass jetzt Die sind ja Auf Gottes Willen Ey, warte, der hier weg Noch so ein Sammler-Ding da Hab ich noch so einen? Frostmeister Okay, gut Handwerksmeister Und dann geht's 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 Und dann geht's